Das ist die Aufrichtigkeit, die mit oder die dazu beiträgt, dass der Mensch Klarheit besitzt, ein klares Leben führt, klare Strukturen hat im Leben, dass er abends schlafen kann und sagen kann, ja das bin ich, ich bin ein muslimischer Mann, ich bin eine muslimische Frau und das hat Gott mir gesagt und ich habe mich dieser Wahrheit ergeben. Das tut so viel mit einem.